Weiter geht's mit Let's Play Final Fantasy Type-0 HD. Ja, ja, die Vorsätze, die Vorsätze. Eigentlich wollte ich ja ein bisschen leveln inzwischen den Aufnahmen. Das Problem ist, wir haben ja gerade ein neues Kapitel angefangen und wir haben nun die Aufgabe, uns zuallererst in der Kommandozentrale zu melden. Und ja, davon abgesehen kann man leider momentan auch wirklich nichts machen. Das ist das Problem. Also konnte ich auch nicht leveln, weil ich kann nicht hier rausgehen wieder auf die Weltkarte. Und ich kann auch nicht in die Arena gehen, das verbieten sie mir. Vorher muss ich halt in die Kommandozentrale. Also konnte ich wieder nicht leveln. Aber nach dieser Aufnahme will ich es dann doch mal möglich machen, sowas irgendwie einzurichten für mich. Ich hoffe, ich denke dran, nicht gerade wieder an so einer ungünstigen Stelle zu beenden. Aber schauen wir einfach mal. Mal sehen, was es hier zu sagen gibt. Weißt du über die Datenverbindung Bescheid? Es handelt sich dabei um ein auf Magie basierendes Kommunikationssystem, das wir in unseren Missionen einsetzen. Im Feldeinsatz gemeinsame Sache mit Concordia werden wir auf dieses System zurückgreifen. Ich nehme an, das wird dann wohl unsere nächste Mission sein, oder? Über die Datenverbindung werden Informationen über ein Zielobjekt an die Akademie weitergeleitet, auf deren Grundlage wir dann Unterstützung leisten können. Bewegt man sich jedoch zu weit vom Zielobjekt weg, wird die Verbindung unterbrochen und muss erst neu wieder aufgebaut werden. Okay, werden wir uns anschauen. Beim letzten Mal war ja richtig was los, als wir die Festung Togorath gestürmt haben. Ähm, da flogen ja ganz schön die Fetzen, weil die Lassie gegeneinander kämpfen wollten, mussten, durften, wie auch immer. Jedenfalls führte dieses Aufeinanderprallen dieser unglaublichen Mächte dann dazu, dass die gesamte Festung weg war. Also die gibt's jetzt nicht mehr. Warum nicht? Na gut, und wir wollen, ich glaub Captain Kurasame wartet direkt auf uns, den wollen wir auch nicht so lange warten lassen. Wir machen natürlich direkt zur Kommandozentrale. Wie gesagt, wir können ansonsten... Ich hab mich grad schon gewundert, warum die Tür von alleine aufgeht. Wir können ansonsten momentan eh nicht viel abseits davon machen. Also eigentlich gar nichts. Wir können uns hier halt ein bisschen umschauen ansonsten, aber lassen Sie uns nirgendwo hin. Schauen wir mal schauen, genau. Kommandant Kurasame erwartet dich in der Kommandozentrale, Kuro. Man wird halt nirgendwo hingelassen. Wir müssen wirklich direkt in die Kommandozentrale. Aber danach, danach haben wir dreieinhalb Tage Zeit. Das klingt doch gut. Beziehungsweise vier Tage. Es sind ja immer zwölf Stunden pro Tag. So, da hinten steht Kurasame. Wir reden erstmal mit der Dame hier von mit dem Fragezeichen über dem Kopf. Die Klasse 0 hat also eine Esper-Autorisierung erhalten. Ich verstehe. Esper sind überaus starke Waffen im Kampf, aber ihr Einsatz kostet euch das Leben. Du solltest gut abwägen, ob die Situation dieses Opfer wert ist. Ah, jetzt verstehe ich das auch mit dem das Leben kosten. Also einer unserer Team... Eins unserer Teammitglieder ist dann halt draußen, ist dann halt K.O. Wahrscheinlicherweise, schätze ich mal so. Na gut, reden wir mal mit Kurasame und schauen uns das Ganze mal an. Auf eurem jetzigen Stand solltet ihr eure Missionen in der Kampfformation Trinität angehen können. Dafür müssen drei von euch eng zusammenarbeiten, was euch spezielle Fähigkeiten verleiht. Eure Erfolge sind jedoch nicht unbeachtet geblieben und man hat euch auch eine Esper-Autorisierung erteilt. Weg dir doch gut ab, bevor ihr eine Esper im Kampf einsetzt. Trinität Legst du im Menü vor einem Einsatz Trinität als spezielle Kampfformation fest, können die Kampfmitglieder zusammen ein besonderes Manöver ausführen, wenn du B und Y drückst. Dabei leert sich dein Aktionsbalken. Trinität kann nur ausgeführt werden, wenn sich drei aktive Kampfmitglieder in deiner Gruppe befinden. Esper-Beschwören Legst du im Menü vor einem Einsatz Esper als spezielle Kampfformation fest, kann eine Esper beschworen werden, wenn du B und Y drückst. Esper sind überaus stark und können das Blatt im Handumdrehen wenden. Der Charakter, der die Esper beschworen hat, bezahlt dies jedoch mit seinem Leben. Oh, ich kenne da so ein paar Charaktere, mit denen wir das durchaus machen können. So zum Beispiel Deuce hieß sie, glaube ich, ne? Das ist hier die Flötentante. Die kann von mir aus sehr gerne eine Esper benutzen. Du kannst dich ab jetzt für Feldeinsätze melden, Kupo. Sprich dazu einfach den Militär-Tasche am Eingang ein, Kupo. Kupo? Und unterhalte dich auch mit Kadetten anderer Klassen, Kupo. Es ist gut, viele verschiedene Freunde zu haben, Kupo. Wenn ihr uns das schon so sagt, dann wollen wir doch auch gleich mal mit denen hier reden. Hast du schon mal Kristallite benutzt? In ihnen ist mächtige Mabiyi verbogen. Sie sind ziemlich explosiv, also sei vorsichtig, wenn du mit ihnen hantierst. Okay. Über Aibon sollen Drachen gesichtet worden sein. Die konkordische Armee kämpft auf Drachen. Das kann kein Zufall sein. Ja, gehe ich jetzt nicht davon aus. Ich vermute mal, so viele wild herumfliegende Drachen wird es jetzt auch nicht unbedingt geben, oder? Gut, ich würde sagen, wir machen erstmal zu unserem Klassenzimmer. Wir haben ja jetzt sehr, sehr viel Zeit erstmal. Wobei wir wahrscheinlicherweise auch mal bei dem Militärattaché am Eingang vorbeischauen sollten. Aber werde ich noch machen. Oh hier, siehst du mal, Mutter hat einen Auftrag für uns. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten, in Ordnung. Zeig mir, wie stark du in letzter Zeit geworden bist. Je stärker meine Kinder sind, desto ruhiger kann ich nachts schlafen. Mutter Courage. Erledige drei Gegner mit Feuer-GWR für Dr. Elracia. Monster Mensch, die Wahl deiner Gegner bleibt dir überlassen. Achte nur darauf, dass der Gnadestoß mit Feuer-GWR erfolgt. Ja, mal gucken. Vielleicht nehme ich eine... Achso, wir haben schon eine Aufgabe am Laufen. Fremde Federn. Oh, bist du zur Zeit sehr beschäftigt? Ja, ich kann halt immer bloß eine Aufgabe annehmen. Das ist das Problem. Ich würde die ansonsten natürlich sehr gerne machen. Aber so bleibe ich erstmal bei dem, was ich machen muss. Muss man bloß mal schauen. Auftrag. Ach, besiege... Ne, besiege 10 Aquapudding für Takano und Korsi. Weiß ich nicht, ob ich das mache. Naja, mal schauen. Vielleicht suche ich mir dann doch eher eine andere Mission. Was gibt es denn bei dir, mein Freund? Lektion wählen. Oh, hier gibt es jetzt einiges. Defensivmagie, Vitalitätssteigerung, Kampfgrundlage oder Magiegrundlagen. Ich würde ja prinzipiell zu den Kampfgrundlagen oder der Vitalitätssteigerung neigen. Ich glaube, genau die zwei mache ich auch. Steigerung der EP. Kampfgrundlagen für Anfänger. Genereller Sinn und Zweck von Missionen. Missionsziele verstehen. In der Realität des Schlachtfelds variieren die Zwischenziele. Wie man den Überblick behält und die richtigen Entscheidungen trifft. Das kommt mir irgendwie sehr bekannt vor vom Text her. Könnte es sein, dass wir das schon mal hatten? Egal. Habt ihr noch Fragen? Mutter, ich will dich was zu... Ja, das hat mir definitiv schon. Hahaha, ich lache mich tot, ey. Du hast unseren Kommandanten gerade mit Mutter verwechselt. Gut, kriegen wir das Ganze gleich mal weg. Das hatten wir auf jeden Fall schon. Aber wenn es dafür 10.000 EP gibt, ganz ehrlich, dann ist mir das völlig egal. Jetzt schauen wir uns aber noch die Vitalitätssteigerung an. Das hatten wir definitiv noch nicht. Steigerung der TP. Einführung in die Vitalitätssteigerung. Zu menschlicher Anatomie und effektiver Trainingsmethodik. Und wie man das passende Trainingsprogramm für sich erstellt. Könnte ich in Wirklichkeit manchmal gebrauchen. Seis, aufgewacht. Nenn mir die Hauptstadt Concordia. Mahama Yuri, ist ja wohl klar. Das weiß er sogar nein. Seis, du bist ja richtig schlau. Du dachtest, sie gehört in... Ach, das hatten wir auch schon mal. Die Texte werden nicht neu, ne? Na gut, egal. Manchmal der TP um 20 gestiegen. Das ist sehr schön. Dabei will ich es dann aber auch belassen. Wir wollen ja nicht zu viel Zeit hier nur mit Unterricht verschwenden. Ein schöner Satz, wenn man in der Schule ist. Na gut, schauen wir uns mal ein bisschen um. Ob wir nicht vielleicht noch irgendwelche Gesprächspartner finden. Ansonsten stürzen wir uns dann mal in diese... Wie hieß es? Feldzug? Weiß ich gar nicht mehr. Diese Zusatzmissionen eben rein, was wir uns da gerade angeboten haben. So, schauen wir mal, ob hier jemand ist. Oh, ich sehe gerade schon Nein da drüben rumstehen. Ist das Nein? Ich glaube schon, ne? So wuckelig steht doch bloß der da. Natürlich. Sympathisch wie immer. Von diesen ganzen Büchern kriege ich Kopfschmerzen. Ich mag ihn total. In seiner schrulligen Art. Das sind viele Bücher, hey? Ich meine, ich könnte alle diese, wenn ich für den Rest von meinem Leben lerne, ja? Ich lerne schnell. Ich kann sie alle, wenn ich lange genug leben kann. Du musst in der Kristerium sein, in der Kristerium sein. Bei der Krister. Du bist Cadets, du solltest besser wissen. Hey, yo. Das geht ein bisschen zu weit, nicht wahr? Ich habe keine Interesse in sprechen mit den Unkultureden. Was die Hölle hast du gerade gesagt? Du willst ein Stück von mir, Punk? Hey, yo. Nein, das ist genug. Das ist genug. Das ist genug. Heh. Du sagst, ich nicht kultured? Ich liebe nichts zu schrauben, aber ich kann alle vier Krystal-Staten in Orient, yo. Ich liebe dich zu sagen, Nine, aber das ist keine Kultur. Es ist ein Wissen. Na gut, wenn du mich einfach entschuldigst, würde ich lieber zu vermeiden. Oh, bitte. Keine Worte über das. Surely, du weißt, dass die Stupidität nicht beeinflusst, nicht du? Ich würde nicht hier mit dir sein, wenn es wäre. Äh, sollte das mich besser fühlen, A? Ja, ja, bestimmt. Gibt's heute schon was Neues? Nö. Okay, du hattest, ich glaub den Auftrag gab's beim letzten Mal schon, oder? Ist das ein neuer? Hey, Dura, klasse Timing. Ich hab ne Bitte, aber die muss nur durch uns bleiben. Geheimagenten, Klasse 0 bis 11. Nimm einen imperialen Soldaten für den Nachrichtendienst gefangen. Okay, wie geht das denn? Nimm in den Wäldern des nördlichen Togorefs einen militischen Soldaten gefangen. Siege dafür einen Anführer einer Einheit. Ach so, die übrigen Soldaten geben daraufhin den Kampf auf und lassen sich gefangen nehmen. Da es sich beim nördlichen Togoref um feindliches Gebiet handelt, musst du dich für den Feldeinsatz Vereinigte Front melden, um diesen Auftrag erledigen zu können. Sobald das Gebiet Ruhrbrummer Kontrolle unterliegt, lassen sich keine Gefangenen mehr machen. Das klingt schon ein bisschen besser. Nehmen wir das doch mal an. Ich wusste, ich kann mich auf die Klasse 0 verlassen. Verdeckte Jobs sind eure Spezialität. Das klingt auch wenigstens mal nach nem richtigen Job. Und du so? Hey, ich bin Tachibana aus der Klasse 2. Ich habe gehört, dass die Klasse 0 noch nicht einen einzigen Kadetten verloren hat. Beeindruckend. Interessiert mich für Klasse 2? Nicht so wirklich, aber schauen wir es uns mal an. Die Kadetten der Klasse 2 riskieren ständig ihr Leben an der Front. Daher haben wir die höchste Todesrate aller Klassen. Und bekommen auch die meisten Neulinge. Weiß ich nicht, ob das jetzt so ne Auszeichnung ist, mit der man hausieren gehen muss. Vielleicht hat das auch gar nichts damit zu tun, aber viele Kadetten meiner Klasse haben eine ziemlich gleichgültige Einstellung zu allem. Da wir ständig Kameraden verlieren, bleiben uns auch nicht viele Erinnerungen mit Freunden, an denen man sich erfreuen könnte. Aber für uns, die kämpfen müssen, ist es bestimmt ein großer Segen, dass wir uns nicht an die Verstorbenen erinnern können. Wie gesagt, sehe ich anders. Habe ich ja schon an anderer Stelle mal erwähnt, dass ich davon nicht so viel halte, dass man dann die Erinnerung verliert. Der Turm in der Albernregion wurde zu Sperrgebiet erklärt. Als ob man da überhaupt was sperren müsste. Man kann ihn sowieso nur mit einem Luftschiff erreichen. Die hatte ich doch schon. Ich will den hier haben. Quan? Ich gebe es nur ungerne zu, aber er ist ein Genie. Ein wandelndes Lexikon. Aber er ist auch dementsprechend arrogant. Gut, ich glaube, das mit dem Anfreunden ist wirklich bloß bei Leuten mit Ausrufezeichen über dem Kopf. Oh. Du siehst wichtig aus. Gibt es bei dir eine tolle Mission? Dekan Tekise. Oho, du gehörst zur Klasse 0. Ich habe eine Bitte an so einen Genie wie dich. Ein Mitglied meines Forscherteams wurde während einer Feldstudie von militischen Truppen angegriffen. Sie konnte sich in die Korsi-Krotte retten und hat dort dann ein wichtiges Geschichtsbuch vor den Militen versteckt. Ich finde die Geschichte Ruhbrums zu den Dekanen. Ein Mitglied, bla bla, das hatten wir ja gerade. Welche mache ich denn jetzt? In die Korotte wollte ich eigentlich sowieso mal. Aber nee, ich mache erst mal das andere. Hm, ich habe dich wohl überschätzt. Oder nimmst du nur Befehle von Dr. Al Racer entgegen? Sowieso. Befehle nehme ich sowieso bloß von Dr. Al Racer entgegen. Aber das war ja mehr eine Bitte und kein Befehl. Was gibt es bei dir eigentlich hier? Hatte ich glaube ich schon mal geguckt, aber wir können ja nochmal kurz gucken. Ach ja, Kennungsmarken sammeln, genau. Ich erinnere mich. Kennungsmarken findest du auf dem Boden oder an gefallenen Soldaten. Sammle sie auf und bringe sie dem Mochi der Klasse 8. Natürlich. So, schauen wir uns aber erst noch mal kurz um. Ein bisschen. Gehen in der Magiefakultät. Gibt es denn da irgendwas Spannendes für uns? Außer Info nicht so wirklich, ne? Ein Auftrag, ne gut. Aber ansonsten, nö. So, dann machen wir uns gleich mal zurück. Ich will mich jetzt wirklich nicht lang aufhalten hier eigentlich. Ich will bloß ein paar Gespräche führen, insofern es denn welche gibt. Und ansonsten, stürzen wir uns dann gleich in die nächste Mission rein. Aha, hier haben wir doch schon was. Ich kann dir helfen? Du bist hier für mich, nicht wahr? Nicht wahr? Was? Was? Ich glaube nicht, dass wir uns noch nicht kennen. Was? 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 Ich werde dich umheren und hab diesen Keineid! Was? Was? Oh, das war noch nicht bereit. Was? Das war noch nicht bereit. Ich werde dich zurück! Huh? Was ist das alles? Ich sehe hier viele Charakteren. Hm... According to my theory, this should be right. Maybe I need more samples. Would you not sneak up on me like that? That's Class Zero for you. I'm Kazusa. I guess you could say I'm a researcher with the Armory Guild. Pleased to meet you. Oh, right. I've been wanting to talk to you Class Zero kids. Would you come with me? I know you're busy. So just stop by when you have time. I'd love to see any member of Class Zero. So please tell your classmates. What is it? What? What? Your enemy was an Alessie des zweiten Zirkels. Ihre Besonderheit lag also nicht in ihrer Kampfkraft. Gut zu wissen. Ich weiß nicht, wie eure Eintaktung im Zirkel denn funktioniert. Das müsst ihr mir bei Gelegenheit nochmal erklären. Darüber wurde ich bisher noch nicht aufgeklärt. Muss ich zugeben. So, ein Tag ist schon rum, aber... Wir haben ja noch drei. Bevor die nächste Mission losgeht. Schauen wir mal. Da können wir bestimmt noch so einiges machen in der Zwischenzeit. You okay? Die Schritte der Verlorenen verstummten an ihrer Stadt. Hm? Dieses Lied? Das hat mir Mutter beigebracht. Okay. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass sie zu Ace eine besondere Beziehung hat. Kann das sein? So, ansonsten gibt's ja niemanden, mit dem wir ein ernsthafteres Gespräch führen können. Yeah? Wie ist nochmal die Alessie, die wir besiegt haben? Kunmi oder so? Aber das war nicht sie das letzte Mal, oder? Nein. Nein. War sie nicht. Dachte ich im ersten Moment eigentlich auch, aber nee, war sie nicht. So. Im Gemeinschaftsraum waren wir, dann gehen wir mal in die Sonne. Da hinten sehe ich doch schon ein Ausrufezeichen. Was ist es? Mit Deuce dabei, der Flötentante. Gegen manche Dinge sind wir einfach machtlos. Deshalb sollten wir die, gegen die wir ankommen, umso unnachgiebiger bekämpfen. Hallo. Oh, ein Mitglied der Klasse Null. Gerade richtig. Ich habe ein unschlagbares Angebot für dich. Mir ist eine unfassbare Geschäftsidee gekommen, aber mir fehlt das nötige Startkapital. Wenn du mir 1000 Gil leist, könnte ich diese Summe verhundertfachen. Dann zahle ich dir die Gil natürlich sofort zurück. Oh, ist das so ein Spielchen wie bei Final Fantasy X mit Owaka. Das machen wir mal. Wir sollten eigentlich genug haben und wir brauchen es eigentlich nicht wirklich. Das kriegen wir bestimmt wieder raus irgendwo. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Du wirst es nicht bereuen. Das gab es bei Final Fantasy X auch. Da gab es Owaka, den fahrenden Händler, der sein Handelsimperium erst aufbauen wollte. Und dem konnte man auch Geld leihen und je mehr Geld man ihm geliehen hat, desto stärker waren die Rabatte bei ihm. Und er hat am Ende richtig gute Sachen gehabt, die dann entsprechend auch spottbillig waren im Vergleich zu anderen Händlern, wenn man bei ihm gekauft hat. Hey, ich bin Akagi, Klasse 2. Ohne bis bald tot, vermute ich mal. Ich bin so unglaublich fasziniert von den Rubrummer Esper. Sie sind unsere stärkste Angriffsmagie. Ja, wir interessieren uns auch für Esper. Die Meliten nennen Esper einfach nur Bestia. Für sie sind sie nicht mehr als praktische Angriffsmaschinen in Gestalt magischer Kreaturen. So etwas wie ihre Magitek Max eben. Wir Rubrummer haben ein ganz anderes Verständnis von Esper. Wer eine Esper beschwört, ist bereit, seine gesamte ihm zur Verfügung stehende Kraft zu erschöpfen. Um sein Schicksal in ihre Hände zu legen. Sie sind die Schutzgötter des Feuerfugels. Die Meliten respektieren ihre Magitek Max nicht. Sie können wohl kaum nachvollziehen, was die Esper uns bedeuten. Ja, die Begriffe Bestia und Esper, die wurden beide schon für die Beschwörungen benutzt. Also Esper fällt mir jetzt gerade Final Fantasy 6 ein. Ich weiß nicht, wie es in 7 ist, weil ich 7 nicht gespielt habe, muss ich zugeben. Ich weiß, Sakrileg werden jetzt wahrscheinlich einige Final Fantasy Fans sagen. Aber habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich habe es aber schon mal bei 7 gekauft. Ich habe es bloß noch nicht gespielt bisher. Dann bei 8 hießen sie GFs. Ich kann euch nicht mal sagen, was GF ausgesprochen heißen soll. In der 9 könnten sie Bestia geheißen haben. Auf jeden Fall hießen sie in der 10 aber Bestia. Und die 10 ist das Spiel, was ich am exzessivsten wirklich gespielt habe von den Final Fantasy Teilen. Deswegen sind da auch immer die meisten Parallelen, die mir so auffallen. Einfallen, umfallen, wie auch immer.